Das hier zur Miete angebotene ca. 73 Quadratmeter Büro befindet sich in Schwerinfeldstadt. Verfügbar ist das verkehrstechnisch gut angebunden Objekt ab dem 1. Juli 2014. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Das Büro verfügt über Fließen. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 500 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 280 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020